Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Es gibt gute Nachrichten rund um Rabi Matondo, denn der Wechsel zu den Glasgow Rangers steht wohl kurz vor dem Abschluss. Schalke kriegt damit frisches Geld aufs Konto und spart sich vor allen Dingen auch natürlich sein hohes Gehalt ein. Denn gestern wurde ja schon davon berichtet, dass die Glasgow Rangers wohl das größte Interesse an Matondo haben. Mittlerweile ist auch klar und da sind sich die Medien wie die WAZ, Sport1 und Sky einig, dass er schon auf dem Weg ist nach Schottland, um den Medizincheck am besten Falle heute schon zu absolvieren. Bislang war dann auch gestern die Rede davon, dass Schalke wohl 2 Millionen Euro in Ablöse bekommt. Sport1 spricht aber von 3 Millionen und ich denke mal dann wäre es auch ein vollkommen fairer Deal. Denn man darf ja nicht vergessen, dass Matondo bei uns wohl ungefähr 3 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll. Und genau das war ja besonders das Problem bei Verhandlungen mit anderen Vereinen. Unter anderem Serkle Brügge, die ihn ja gerne behalten wollten, aber allein aufgrund des hohen Gehalts war das auch einfach nicht umsetzbar. Jetzt ist aber auch klar, dass eben die Glasgow Rangers möglicherweise mit ihm schon das ausgehandelt haben. Daran wird es wohl nicht mehr scheitern. Ich denke mal auch der Medizincheck sollte nicht mehr schief gehen. Und wenn dann diese ganzen Meldungen stimmen, dann wird die ganze Geschichte auch offiziell und durchgehen. Und wir werden Rabi Matondo verkaufen können für eine faire Ablösesumme von 3 Millionen. Wir werden das Gehalt, was viel zu hoch ist, einsparen können und dann noch den nächsten Kaderplatz freimachen, um natürlich auch den Kader etwas auszudünnen. Sicherlich ein Deal, von dem alle Seiten profitieren können. Matondo hat dem Belgien eine starke Saison gespielt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Er hat sicherlich auch das Potenzial, das irgendwann mal in der Bundesliga zu zeigen. Aber das Kapitel Schalke und Matondo macht einfach keinen Sinn mehr. Und so ist dann sicherlich auch am Ende die beste Lösung. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.